Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Magirus Lohr, seit über 100 Jahren verlässlicher Partner für unsere Feuerwehren im Bereich Feuerwehrfahrzeuge, Einsatzroboter, digitale Systeme und Feuerwehrausrüstung. Servus, hallo und herzlich willkommen. Es ist der größte Waldbrandeinsatz, den die Steiermark jemals gesehen hat. Rund 120 Hektar Wald, drei Wochen lang, 2000 Einsatzkräfte. Und es ist ein Einsatz der vielen ersten Male. Das Gelände war so schwer erreichbar, dass die ersten Feuerwehren mit dem Rafting-Boot über die Salzer angerückt sind. Und es war der erste große Einsatz für den neuen Drohnenstützpunkt der Feuerwehr Zauchen. In der letzten Episode, Episode 66, da haben wir mit der Einsatzleitung über diesen Einsatz in Summe gesprochen. Heute soll es ganz speziell um den Einsatz aus der Luft gehen. Wie arbeiten die Hubschrauber mit Löschwasserbehältern und Drohnen mit Wärmebildkameras in der Luft gezielt zusammen? Wie ergänzen sie sich und sind sie sich manchmal vielleicht auch im Weg? Ich bin Marcel Kielitsch und bei mir ist Hauptbrandinspektor Martin Eder. Er ist der Bereichsdrohnenbeauftragte für den Bereich Lietzen und er ist der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Zauchen, weil dort ist einer der 16 Drohnenstützpunkte der Steiermark stationiert. Martin, herzlich willkommen. Grüß Gott, herzlich willkommen. Danke, dass wir heute beim Bank sein dürfen. Sehr gerne. Bei uns auch zu Gast heute ist Hauptbrandinspektor Josef Fritz. Er ist Flugdienstbeauftragter und Staffelkommandant der Staffel Nord im Bereichsfeuerwehrverband Lietzen und er ist Gruppenkommandant in der Feuerwehr Eigen im Enztal. Das ist die Stützpunktfeuerwehr Waldbrandbekämpfung Luft. Sepp, herzlich willkommen. Grüß euch. Danke, dass es mein Grund hat und ich hoffe, dass es interessant wird für euch. Männer, wir haben in der letzten Folge ja schon allgemein über den Einsatz gesprochen und da ist schon einiges los gewesen bei euch in Wildalpen. Feuerwehrleute fahren mit dem Raftingboot über die Salzer, Hubschrauber werfen Löschwasser ab, Drohnen mit Wärmebildkameras steigen auf. Martin, das war der erste große Einsatz für die Drohnengruppe in Zauchen. Ist das so? Ja, das stimmt. Wir haben die Drohne erst am Anfang dieses Jahres gekriegt von dem Landesfeuerwehrverband und haben uns eigentlich seitdem massiv damit beschäftigt, mit der Ausbildung. Wir sind zurzeit neue Piloten bei der Drohne, die ein bis zwei Mal in der Woche üben und das war der erste richtig große Einsatz, wo wir da dran gekommen sind. Der erste Einsatz hat relativ klein und normal angefangen und hat sich aber oft eigentlich über die drei Wochen hinzogen, damit ist es für uns ein großer Einsatz geworden. Wie ist das vom Gefühl? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so wie, wenn man ein neues Feuerwehrfahrzeug hat und dann den ersten Einsatz hat? Ist das vom Gefühl ähnlich oder würdest du sagen, ist man da mehr aufgeregt? Ja, die Aufregung am Anfang war schon sehr groß, weil wir haben gar nicht gewusst, wie wir so einsetzen, die zu abhandeln sind, weil es eben der erste war. Aber im Laufe der Zeit, mit mehreren Tagen, ist es oft ein wenig eine Routine reingekommen. Und es war oft ein bisschen schlussig, hat man schon gewusst, wie man das Ganze macht und was sinnvoll ist. Aber am Anfang war es sehr herausfordernd und spannend. Man wünscht sich da, könnte ich mir vorstellen, vielleicht einmal einen kleinen Einsatz, so einen Testeinsatz, aber kann man sich nicht aussuchen. Jetzt war es halt drei Wochen. Genau so ist es. Man kann sich das nicht aussuchen, aber es hat sich gut bewährt und wir haben das auch da unten zur Zufriedenheit von euch eigentlich ganz gut hinbracht. Josef, du hast schon einige Flugdiensteinsätze miterlebt. War das für euch, punkto Drohnen, eine Premiere oder habt ihr Drohnen in Kombination mit Hubschrauber schon mal wo im Einsatz gehabt? Nein, die Drohnen, die haben wir schon öfters eingesetzt gehabt. Vorher in der Ramsau haben wir die Drohnen gehabt und das hat eigentlich immer super funktioniert. Und das ist eine tadellose Ergänzung zum Hubschrauber, vor allem für die Erkundung und für die Leitung. Und Zusammenarbeit zwischen Hubschrauber, Bodenmannschaft, das war nicht unser Ersteinsatz mit der Drohne. Bevor wir da in die Unterschiede und in die Synergien im Detail eingehen, sprechen wir noch über das Gelände, über die Topografie. Das hilft uns beim Verständnis für diese Situation, die ihr da in Wildalpen gehabt habt. Also steiles Gelände, starker Wind, alles Sachen, die man beim Waldbrand überhaupt nicht braucht. Wie schaut denn das Einsatzgebiet in Wildalpen da genau aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das Problem in Wildalpen war, dass das wirklich ein sehr schwieriges Gelände war, Topografie. Wir sind viele Gipfel, viel Graben und du weißt, du siehst vom Boden überhaupt nicht hin. Du siehst nicht auf, du kannst nicht einschätzen, wo ist wer, wo ist der Bronte hat. Du kannst die Piloten nicht richtig koordinieren, dass sie zu dem Punkt hinfliegen. Das war wirklich ein sehr schwieriges Gelände für die Einsatzleitung zum Koordinieren. Du hast keine Koordinaten und nichts gehabt. Ja, eh schon, wie der Sepp gesagt hat, es war einfach die Einteilung und die Orientierung in den Geländen so schwierig, weil lauter Grate und Kram waren und es war einfach extrem schwer, das zu lokalisieren und die Einsatzmannschaften an die richtigen Standorte hinzubringen. Das war die große Herausforderung bei der ganzen Sache vom Gelände her. Wie unterscheidet sich jetzt in Summe die Aufgabe von einer Drohne und von einem Hubschrauber? Also grob kennen wir uns natürlich aus. Wir wissen, was ist ein Hubschrauber, was ist eine Drohne. Aber gibt es klare Indikatoren, wann eher eine Drohne oder wann eher ein Hubschrauber zum Einsatz kommt? Ja, ich denke, situationsabhängig. Die Drohne ist zur schnellen ersten Erkundung einfach sicher top. Die Hubschrauber brauchst du natürlich oft zum Löschwasser und Materialtransport. Und zwischendurch haben wir oft auch mit der Wärmebildkamera wieder Erkundungen gemacht, weil beim Hubschrauber ist auch das Thema gewesen, es gibt die Fleerkameras, aber die sind oft wieder nicht da gewesen und sind nicht immer zur Verfügung. Und die Drohne ist halt da und relativ schnell in Einsatz zu bringen. Schauen wir uns vielleicht einmal die Erkundung an. Welchen Vorteil hat denn die Drohne im Vergleich zum Hubschrauber? Ist das auch was, vielleicht der Downwash vom Hubschrauber, also dieser Abwind, der vom Rotor hinunter geblasen wird, dass ich den vermeide und mit der Drohne punktueller hinkomme zum Brandherd, ohne dass ich da zu viel aufwirbel? Ist das ein Vorteil? Die Vorteile ist sicher ein Kostenthema. Ein Hubschrauber, riesige Kosten. Downwash haben wir das Problem auch gehabt, wenn sie wieder drüber geflogen sind, dass einfach Glutnester wieder aufgewirbelt worden sind und die Drohne ist halt einfach in Betrieb zu nehmen gegenüber einem Hubschrauber. Die Drohne steht auf, fliegt weg, bis ein Hubschrauber da ist, bis das alles geplant ist, davon geht Zeit und mit der Drohne bin ich da viel flexibler. Martin, erzähl uns da vielleicht ein bisschen mehr über die Drohnenstrategie in der Steiermark in Summe. Ihr habt ja einige Drohnenstützpunkte, 16 Drohnenstützpunkte. Waren die Waldbrände das Hauptargument für die Entstehung? Oder wie ist so die Geschichte von der ersten Idee? Wir könnten ja was tun mit Drohnen, bis wir wirklich 16 Drohnenstützpunkte haben. Wie war da so die Geschichte? Ja, angefangen hat das in der Steiermark eigentlich, kann man sagen, schon vor zwei bis drei Jahren. Da ist die Idee einmal auftaucht, dass Drohnen im Feuerwehreinsatz sicher sinnvoll waren. Bis dahin ist es oft so weit gewesen, dass die Drohnen angekauft worden sind. Hat es einfach seine Zeit gedauert? Was für ein Modell kauft man? Wie viele Stützpunkte macht man? Wo geht das hin? Es ist auf dem Pro-Bereich eine Drohne stationiert worden und die ist für den Bereich zuständig. Also wir haben einen relativ großen Bereich mit Lierzner und da sind wir mit unserer anderen Drohne gut ausgelastet. Aber wie es zur Zeit ausschaut, ist alles relativ neu. Wie es zur Zeit ausschaut, passt das ganz gut. Wie schaut die Infrastruktur da aus bei euch? Ist die Drohne in einem Koffer? Gibt es da ein eigenes Fahrzeug? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, die Drohnenstrategie der Steuermarkt schaut so aus, dass die Drohnen zu den ELF dazugehören. Die Einsatzleitfahrzeuge, die in jedem Bereich stationiert sind, da sind jetzt auch die Drohnen dazugekommen. Die sind fix verbaut in die Einsatzleitfahrzeuge. Da werden die Akkus eingeladen, die Bildschirme sind durchgelagert und somit ist das Einsatzleitfahrzeug mit der Drohne eine Einheit. Und wer darf mit der Drohne ausrücken? Wie schaut diese Einheit aus? Gibt es da einfach einen Drohnenpiloten oder ist das ein größeres Team? Gibt es da so etwas wie einen Alarmplan, wer gemeinsam mit der Drohne ausrücken muss? Nein, grundsätzlich besteht ein Drohnenteam aus drei Personen. Es ist immer ein Pilot, ein Kameraoperator und einer, der was Luftraum beobachtet und was sich einfach um das ganze Rundum kümmern. Also eine normale Drohnentruppe besteht bei uns aus drei Leuten. Drei bis vier Personen sind wir, wo wir ausrücken. Das hat sich bewährt, das ist ein Gräs, da kommt man schnell zusammen. Zu zweit ist es relativ anstrengend, weil man muss schon viel schauen und dort ein bisschen und da ein bisschen. Aber zu dritt ist es eigentlich eine Truppe, die was passt. Josef, reden wir über die Hubschrauber. Da haben wir einige Fragen bekommen. Also da interessieren alle natürlich ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Da kommt zum Beispiel der Tobias von der Feuerwehrjugend, Lienz, der möchte wissen, wie bedankt man an Hubschrauber. Der Roman von der Feuerwehrjugend Göstling sagt, wie viel Liter Wasser kann man da mitnehmen. Ich würde sagen, heben wir das Thema auf die Meta-Ebene und reden wir über die Hubschrauber-Strategie in Summe. Wie viele Hubschrauber waren da bei euch im Einsatz? Welche Art von Hubschrauber und wie unterscheiden sich die? Generell arbeiten wir in der Steiermark mit dem Bundesheer und mit dem BMI zusammen. Da muss man sich sehr an viel Erinneres. Beim Bundesheer haben wir die Hubschrauber, die BL-212, die BL-COG D-70 und den neuen Hubschrauber, den Leonardo, die AW-169. Der Allete ist leider ausgemustert worden, die fliegt leider nicht mehr. Beim BMI fliegen wir mit der EC-135. Und mit der Airbus AS350, da gibt es die B3-Maschine und die B1, die B1, die ist die schwächere. Und die B3, die hebt bis zu 1000 Kilo, 1200 Kilo. Und bei dem Einsatz haben wir das erste Mal in der Steiermark mit einem privaten Hubschrauberunternehmer zusammengearbeitet. Das hat sich aus meiner Sicht sehr bewährt. Generell die Typen, die BL-212, die hebt bis zu 1000 Kilo. Die Blackhawk fliegt bis 5000 Kilo. Und die 169, die wird auch bis zu 1000, 1200 Kilo heben. Die EC-135-Fahrer, die BMI, die fliegt bis zu 500 Kilogramm. Die B3, die AS350, die B3-Maschine, die hebt bis zu 1000 Kilo. Und die B1-Maschine, die fliegt bis zu 500 Kilogramm Wasser oder Liter. Also von 500 Liter Wasser bis zu 5000 Liter Wasser. Das ist ein ordentlicher Unterschied. Kann ich mir da als Feuerwehr aussuchen, was kommt? Kann ich da eine Wunschliste äußern? Oder wird der Assistenzeinsatz angefordert und dann kommt, was kommt? Wunschliste können wir immer äußern. Kommen dort ist meistens, was kommt und wäre gerade verfügbar. In der Steiermark läuft die Alarmierung so, dass der Einsatzleiter von der örtlichen zuständigen Feuerwehr einen Hubschrauber anfordert bei der Landesleitzentrale oder bei dem Florian Liertzen in unserem Fall. Die gibt es weiter zur Landesleitzentrale. Und die Landesleitzentrale informiert das Bundesheer oder erfordert beim Bundesheer und beim BMI die Hubschrauber an. Kommen dort dann das, was gerade verfügbar ist. Bei der BMI kommt meistens die EC 135 oder die 135er von Graz, wenn es verfügbar ist. Und beim Bundesheer kommen derzeit momentan die zwei Zwölfer von Hörsching. Und Bundesheer ist immer mit gewissen Vorlaufzeiten verbunden. Die müssen Maschinen kontrollieren und da schauen, ob irgendwo ein Einsatz oder Übung ist. Das ist nicht immer so fix, dass die verfügbar sind. Jetzt habt ihr gerade am ersten Tag ein Riesenthema mit dem Wind gehabt. Und in der ersten Folge hat uns der Christian Danner erzählt, ein paar Stunden vor dem Einsatz in Wildalpen ist ein zweiter Waldbrand oder eigentlich ein erster Waldbrand alarmiert worden in Großreifling. Da war der Christian davor auch im Einsatz. Und es war unglaublich windig am ersten Tag. Also war da eine Unterstützung aus der Luft am Tag eins überhaupt schon möglich? Am 1. April ist der Einsatz losgegangen. Da haben wir im ganzen Bezyklierzen Katastrophenalarme gehabt oder Einsätze gehabt aufgrund von Wind. Darum sind sehr viele Feuerwehren da unterwegs gewesen. Hubschrauber-Einsatz war am ersten Tag fast nicht möglich. Wir haben dann am späteren Nachmittag einen Hubschrauber gehabt von BMI vom Grazaufer. Der hat dann einmal einen Erkundungslug gemacht, hat mich aufgenommen und den Einsatzleiter in Großreifling. Wir waren am ersten Tag in Großreifling drüben. Und da war schon alles Thema, dass er fast nicht landen hat können. Wir haben dann einen Erkundungslug machen können. Und nachher, wenn wir für einen Erkundungslug zurückwunden am Fußballplatz, hat er nicht mehr landen können. Also der Wind war sehr stark. Das war schon sehr grenzwertig. Es geht einfach nicht immer. Und der erste Tag, darum hat sich der Waldbrand ausbreiten können in Wüldeim. Du hast keine Chance, wenn der Wind geht, kannst du da was tust. Hubschrauberflug ist nicht möglich. Und das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für die Drohne, Martin, oder? Oder ist die Drohne agiler im starken Wind? Die Drohne ist im starken Wind sehr agiler. Also wir haben bis 70, 80 kmh Wind kein Problem mit Fliegen. Aber in Wüldeim hat sich das ja erst am Vormittag entwickelt und wir sind erst ab Tag zwei unten gewesen. Und am Tag zwei ist es ja eigentlich schon relativ groß gewesen, das Ganze. Wir haben am zweiten Tag angefangen mit der Erkundung und alles. Und es hat oft einfach dauert, bis sie uns mehr orientieren können und bis sie auch Einsatzkräfte orientieren haben können, weil das Gelände einfach so anspruchsvoll war. Aber der Wind ist für uns, für die Drohne eigentlich kein Problem. Eine der häufigsten Fragen, die bei uns über Social Media reingekommen ist, die hat zum Beispiel auch der Thomas von der Freiwilligen Feuerwehr Ratsstaat gestellt. Welches Know-how braucht man, um Hubschrauber und Drohnen gemeinsam koordinieren zu können? Also vielleicht Stichwort fliegerische Einsatzleitung. Wer koordiniert da, wenn mehrere Fluggeräte in der Luft sind? Also einerseits der BMI, Bundesheer, privater Hubschrauberbetreiber und eher neu ist natürlich, dass die Feuerwehr auch Flugobjekte hat, Fluggeräte hat, nämlich Drohnen. Also da wird der Luftraum da schon relativ eng. Gibt es da eine fliegerische Einsatzleitung, die dann beides koordiniert? Es gibt eine fliegerische Einsatzleitung. Es gibt bei solchen Waldbrennt-Einsitzen, gibt es eine örtliche Einsatzleitung, das macht die örtliche Feuerwehr. Zur Unterstützung von der Einsatzleitung gibt es eine fliegerische Einsatzleitung Feuerwehr. Und sobald mehrere Hubschrauber zusammenkommen, gibt es fliegerische Einsatzleitung von Bundesheer, wo Bundesheergeräte dabei sind. Und die müssen sich halt zusammenspielen. Und die Drohne, die sitzt bei der Einsatzleitung dabei, der Einsatzleiter. Und ich nehme an, die Daumenregel ist, wenn ein Hubschrauber fliegt, fliegt keine Drohne und umgekehrt, wenn eine Drohne fliegt, fliegt kein Hubschrauber, oder? Es gibt eigentlich die Regel, wenn ein Hubschrauber fliegt, fliegt keine Drohne. Punkt. Weil es einfach zu gefährlich ist. Die Piloten können die Drohnen nicht ausmachen und es kann einfach was passieren. Und wie es in Wüldäumen war, war es halt immer einfach so ein wenig gestaffelt. Die Hubschrauber sind geflogen und wenn die wieder am Boden waren, oft haben wir wieder Erkundungsflüge gemacht. Das ist einfach, da war jeder Tag anders. Wenn man sich das einfach mit der Einsatzleitung ausgemacht hat, wie es passt hat, da muss man einfach flexibel sein. Nein, es gibt da nicht so und so. Das ist Flexibilität, das ist da gefragt. Erzähl uns, Martin, vielleicht generell ein bisschen mehr über die Erkundung mit der Drohne. Jetzt habt ihr da eine Wärmebildkamera drauf. Ich glaube auch eine ganz normale Kamera. Also ihr habt zwei Kameras da drauf. Und wenn es jetzt darum geht, Glutnester zu suchen und in dieser ersten Aprilwoche war es unglaublich heiß bei euch. Es war windig, es waren sommerliche Temperaturen. Hat das eine Auswirkung auf die Bildgebung der Wärmebildkamera? Also macht das einen Unterschied, ob es 30 Grad in der Umgebung hat oder ob es im Winter ist? Unterscheidet die Drohne, Glutnester von einem heißen Stein unterschiedlich, je nachdem, was für eine Außentemperatur ich da habe? Das ist ein gutes Thema und ein sehr schwieriges Thema. Es war da unten so, dass wir alle geschaut haben, dass wir um sechs in der Früh in der Luft sind, bevor die ganzen Hubschrauber kommen. Meine Einsatzleute da alles durchschauen. Oft hat man in der Früh, wenn die Umgebung kalt war, hat man die Glutnester super gefunden. Auch die, die heißer sind als die anderen, die man super detektieren konnte. Das hat passt. Aber wenn wir am Nachmittag geflogen sind, bei so Temperaturen, da ist es auch ganz schwierig gewesen, dass du aufgehörte Stornplatten und Storn von Glutnester unterscheidest. Also das funktioniert auf den Nürnberg richtig gut am Nachmittag. Vormittag oder ganz in der Früh, wenn die Umgebung kalt ist, super. Aber umso wärmer, dass die Umgebung wird, umso schwieriger wird es, dass du ehrlich die Glutnester findest und auch richtig findest. Also insofern kann man sich das da ganz gut aufteilen. Bevor der Hubschrauber kommt, bevor die Hitze losgeht, des Tages hat man die Erkundungsflüge und so kann man sich das eigentlich ganz gut aufteilen. Genau, das ist oft so gewesen. Wir haben jetzt die Punkte mit den Glutnester markiert, bildlich festgehalten, Koordinaten gesetzt dort. Das mit den Koordinaten war ein wenig schwierig, weil die Grate so schmal und klein waren, dass die Piloten teilweise das einfach nicht gefunden haben. Und oft haben wir das mit den Piloten besprochen, dachte und da hat es es, da hat keine Mannschaft hin. Gemeinsam mit dem Flugdienst ist da einfach eine Lagebesprechung gemacht worden und waren oft noch am Tag noch mal was vor, dass sie sich nicht sicher waren. Oft sind wir einfach noch mal aufgestiegen. Die Piloten haben teilweise bei uns mitgeschaut, bei der Drohne, wo das ist und somit sind oft die Gräser und Nächste gefunden worden und sie haben sich ein bisschen besser orientieren können. Aha, okay. Das heißt, die Piloten, der Hubschrauber vom PMI und vom Bundesheer, die schauen sich die Bilder praktisch live mit euch gemeinsam an. Ja, genau. Die sind oft bei uns gestanden, haben auf uns am Bildschirm mitgeschaut. Die sind ja mit den Grate und Kugeln, das war so verwirrend. Man hat nicht gewusst, ist jetzt einer links, einer rechts. Alles schaut gleich aus. Und so sind wir oft hingeflogen, haben ja das Bild gezeigt, den Piloten. Die haben sich teilweise mit dem Handy selber Fotos gemacht, dass sie den Punkt finden. Und das hat oft, aber das ist nicht am ersten Tag schon so passiert, das hat auch wachsen werden. Also das sind Erfahrungen, was wir da unten einfach mitgenommen haben, wie es gut funktionieren kann. Sepp, du bist ja in der Feuerwehr eigen im Enztal. Ihr habt auf Social Media einige coole Videos gepostet. Die teilen wir auch gerne auf Instagram und auf Facebook über Blaulichthelden. Da sieht man, wie so ein Löschangriff ablaufen kann. Also man stellt sich das in der Theorie vor, der Hubschrauber fliegt drüber, macht das Bucket auf und das Wasser kommt raus. Aber ihr fliegt ja mit den Hubschraubern auch Bodentrupps hinauf in das unwegsame Gelände, die dort dann wirklich punktuell genau schauen, wo sind die Glutnester und eine unglaublich enge Koordination mit dem Hubschrauber haben. Also auf dem Video, das wirkt fast so, als bräuchte Feuerwehrmann den Arm am Boden am Berg nur ausstrecken und könnte den Löschbehälter schon berühren. Gib uns da noch Einblicke. Wie viele Leute werden da hochgeflogen mit dem Hubschrauber? Aus wie vielen Personen besteht da so ein Bodentrupp? Ist da wer vom Flugdienst auch dabei? Ja, wir haben Trupps zusammengestellt von ca. 6 bis 8 Mann. In jedem Trupp war ein Hulsknecht dabei von der Budesforste, Flugdienstpersonal von den Staffeln, örtliche Feuerwehrkameraden und die Bergrettung zum Sichern. Wir haben die Leute aufgeflogen, entweder am Tau oder am Seil. Die sind oben abgesetzt worden und haben oben angefangen zum Brandbekämpfen. Es ist natürlich jeder Einsatz anders. Es schaut immer super aus, wenn der Hubschrauber drüberfliegt und das Wasser abblasst. Wasser abblasen tust du hauptsächlich rund um ein Drum zum Benetzen, dass der Brand sich nicht ausbreiten kann. Die schweißtreibende Arbeit fängt dann für die Feuerwehrleute erst an, wenn du den ganzen Boden umgehoben musst. Die Glutenwester sind teilweise bis zu einem Meter in der Erde rein. Das musst du alles umgehoben, weil sonst hat das alles keinen Sinn. Das Wasser, was da abgeschmissen wird von den Hubschraubern, das rennt oberflächlich ab. Mit ein, zwei Netzmitteln dazu, dass das Wasser ein bisschen besser eindringen kann im Boden. Aber das bringt alles nur einen gewissen Erfolg. Den richtigen Erfolg hast du dann, wenn du den ganzen Boden umgehoben hast, die Glutenwester ausgehoben hast, die Baum umschneißt, die Wurzeln ausgehoben hast und dann teilweise sogar mit Löschwasserrucksäcke das ablöscht. Andere Möglichkeit, was wir auch noch gehabt haben, haben wir, dass wir am Berg oben einen Löschwasserbehälter aufgestellt haben mit 500 bis zu 1000 Liter. Das hat der Hubschrauber angefüllt mit Wasser. Dann sind wir mit der Schläuche runtergegangen und haben unten die Glutenwester abgelöst. Also das klingt natürlich immer super. Wir haben einen Drohneneinsatz, die Hubschrauber kommen, aber die schweißtreibende Arbeit, die bleibt, die wird man nicht los. Ja, es ist schwierig. Es klappt jeder, der Hubschrauber kommt und dann ist der Einsatz vorbei. Aber das spielt es leider nicht. Das ist ein Waldbrand, das ist eine schweißtreibende Arbeit. Die ist nicht in einer Stunde wie ein Zimmerbrand vorbei, die dauert Tage, Wochen, so wie in Wildalm-Trust oder in Niederösterreich-Trust, auf der RAX. Wir waren zwei Tage draus, da war der Waldbrand auch drei Wochen dauert, glaube ich. Da war vergleichbar mit unserem Waldbrand in der Wildalm. Der flächenmäßig größte Waldbrand in der Geschichte der Steiermark jemals. Sepp, erzähl uns noch mehr über den Flugdienst. Wie ist der genau strukturiert in der Steiermark? Wir haben in der Steiermark drei Stützpunkte. Das ist Eigenmenzde, Scheifling und Kapfenberg. Jede Stützpunktfeuerwehr hat drei Bambi-Packet mit 500 Liter, ein tausender Seemartbehörter, da gehen 1.000 Liter Wasser in die für die größeren Hubschrauber zukünftig werden. Noch mal drei Bambi-Packet mit 1.200 Liter angeschafft für die AW169. Luftwasserbehörter haben wir noch mit 500, 3.000 Liter und 10.000 Liter zum Eintauchen für die Hubschrauber und eben ein paar D-Schleich und das ganze Equipment, was du jetzt so brauchst für eine Waldbrombekämpfung. Wir haben vorhin gesagt, ein neues Fahrzeug gekriegt, der Nunimog, und auf dem Fahrzeug ist unser Equipment alles drauf. Und stationiert ist das Ganze? Jeder Stützpunkt hat ein Fahrzeug, also in Scheifling, Kapfenberg und in Neugen sind die Stützpunkte stationiert. Jetzt hast du vorhin erwähnt, ihr wart damals 2021 in Hirschwagern, Araxien, Niederösterreich, zur Unterstützung. Sind andere Bundesländer zu euch nach Wildalpen gekommen? Ja, aufgrund von dem großen Einsatz, dem langzeitigen Einsatz, sind wir natürlich alleine zusammengekommen. Wir haben ja gleichzeitig in Großräufling auch den Einsatz gehabt. Da haben wir dann Unterstützung von St. Dagat gekriegt, Oberösterreich und am ersten Tag und am zweiten Tag, glaube ich, war Lassing aus Niederösterreich noch da und unsere Stützpunkte wird von Scheifling und von Kapfenberg. Wir haben eigentlich alle Tadellos zusammengearbeitet. Also Bundesländer übergreifende Zusammenarbeit. Sepp, wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie viele Hubschrauber bei euch eigentlich genau im Einsatz waren. In Summe waren 51 Hubschrauber vor Ort. Insgesamt haben es 448 Materialtransporte gemacht werden und Personentransporte plus minus so genau kannst du es nicht sagen. Aber die Einsatzleitung war top eingerichtet. Die hat alles aufgezeichnet. Gesamtrotationen haben wir gehabt 2.297 Flüge. Mit den Flügen haben wir 1.864.946 Liter Wasser aufgeflogen. Also es war schon ein sehr großer Einsatz. Und von den großen Flugobjekten schauen wir auch noch kurz zu den kleinen. Martin, wer darf denn mit der Drohne eigentlich fliegen? Braucht man da einen Drohnenführerschein? Braucht man da ein Kreuzerl, eine Feuerwehrinterne Ausbildung, so wie das bei Tanklischfahrzeug üblicherweise ist? Braucht man da einen Eignungstest? Wer darf mit der Drohne im Einsatz fliegen? Ja, es ist relativ aufwendig, bis dass man fertiger Drohnenpilot ist. Fliegen darf generell jeder. Wir haben oft wehrintern die A1, A3 Ausbildung gemacht. Das ist ein Online-Kurs, hat jeder Drohnenpilot, der was hobbymäßig fliegt. Dann wir haben drei Tage an die Landesfeuerwehrschule nach Lebring bei uns. Da wird die A2 Ausbildung nachgehalten in einem Tag. A2 Ausbildung ist für die große Drohne, weil Insry hat 9 Kilo. Also es ist schon ein Riesenvogel. Zu der A2 Ausbildung gehört natürlich oft noch eine spezifische Ausbildung dazu. Die dauert noch mit zwei Tagen, dass man die ganzen Anforderungen erfüllen, dass man näher an Gebäude fliegen dürfen, dass man über Personen, nicht beteiligten Personen fliegen dürfen. Es ist relativ ein großer Aufwand und bei uns haben sie einfach in der Feuerwehr Leute zusammen, die was interessiert und die was aber auch Zeit haben, weil Zeit geht sehr viel auf. Unter der Woche muss man ausgehen von Arbeitgebern und da hat sich bei uns einfach eine Gruppe zusammen getan, was interessiert und was passt. Und in Summe in Sauchen habt ihr gesagt, wir hätten gern einen Drohnenstützpunkt oder ist man da an euch herangetreten, weil ihr vielleicht geografisch gut gelegen seid. Wie seid ihr zu der Ehre gekommen? Zu der Ehre gekommen sind wir nicht, weil wir geografisch gut liegen, wir sind ganz am Ende vom Bezirk eigentlich, aber wir haben jetzt vor fünf Jahren schon einmal beworben für das Einsatzleitfahrzeug. Das hat oft eh ewig gedauert und hin und her, aber ist oft nirgendwann recht worden, dass wir es kriegen, ein Einsatzleitfahrzeug und dadurch, dass die Drohne zu einem Einsatzleitfahrzeug dazugehört, ist die aber instationiert worden. Wie schaut so ein konkreter Drohneneinsatz dann aus? Muss ich das groß vorbereiten oder ist das Plug and Play? Mache ich den Koffer auf und stelle die Drohne auf und dann fliegen wir schon? Ja, eigentlich schon. Wir haben das alles so vorbereitet, alarmiert werden wir über den Florian Lierzner, stiller Alarm haben wir das jetzt eingerichtet. Dann fahren wir mit dem Zeug und der Vorbereitungszeit am Einsatzort haben wir ungefähr 20 Minuten, bis die Drohne aufgebaut ist, bis alles überprüft worden ist, dass alles passt und oft geht es eigentlich schon los. Und wie lang kann die Drohne dann in der Luft bleiben? Die Drohne hat circa eine Flugzeit von 40 Minuten, kommt alle darauf an, wie viel Wind das geht, was für Nutzlust, dass man drauf hat, wenn man mit schwerer Nutzlust fliegt, also Scheinwerfer und Kamera geht es schnell bergab, aber ungefähr 40 Minuten ein Flug und dann landet man, die nur Akkus tauschen und sind schon wieder in der Luft. Also wir haben vier Garnituren Akkus in den Kuffer drin, die werden ständig geplant, also können wir eigentlich durchfliegen. Wenn wir nur Akkus wechseln, geht es schon wieder weiter. Das geht sich ganz genau. Es sind vier Doppel-Akku-Packs, also es sind zwei Akkus rein in der Drohne, vier Sets haben wir und wenn der erste leer ist, bis der zweite, dritte verflogen ist, ist der erste schon wieder gelandet. Das geht relativ schnell. Das hat für die BAS Organisationen so gemacht, dass man eigentlich durchfliegen kann. Das funktioniert. Und wenn so ein Einsatz mehrere Tage oder Wochen dauert, muss die Drohne dazwischen irgendwie gewartet werden oder ist das sehr wartungsarm? Sie ist eigentlich sehr wartungsarm. Es gibt Wartungsintervalle mit 200 Stunden, da gehört es eingeschickt und oft mit 500 Stunden das nächste Intervall. Wenn man da gerade reinfällt, ja, auf Display aber normalerweise ist es relativ wartungsfrei. Man muss einfach schauen, dass nichts beschädigt ist und oft funktioniert das Gerät. Jetzt ist der Einsatz, wo wir hier sprechen, doch schon ein paar Monate her. Gibt es Learnings, Lerneffekte, die ihr mit uns teilen könnt? Hat sich vielleicht auch von den Abläufen hinter den Kulissen irgendwas organisatorisch verändert? Ja, es ist so, aufgrund der Größe von dem Einsatz haben wir uns Geräte ausgleichen müssen vom Diole Landesfeuer Verband, das sind so Wasserblosen und da uns dann einen Waldbrand Gipfel geben und da haben wir dann ein bisschen Geräte angefordert und da gibt es jetzt die 25 Millionen, was jetzt vom Land Steiermark für das zur Verfügung gestellt werden, dass der Katastrophendienst im Land wieder ein bisschen aufgepöppelt wird und da kommen jetzt ein paar kleinere und größere Sachen, eben auch die größeren Bambi Bucket für die neuen Hubschrauber, die Wasserblosen, ja, das war eigentlich, jeder Einsatz hat ein bisschen was Positives für die Einsatzbereitschaft und für die Weiterbildung. Martin, gibt es Learnings von deiner Seite noch? Punkt an Learnings, wir haben sehr viel gelernt bei den Waldbrand und den Wild Altman, wir haben es taktisch angekommen, wir haben für ihn selber viel mitgenommen, was wir in den letzten Übungen hatten, die wir gehabt haben, wieder alles einfließen lassen haben, es war für ihn sehr interessant und war einfach eine Sache, über die wir heute noch viel reden und viel nachdenken und was uns eigentlich noch immer beschäftigt. Martin Eder, Josef Fritz, vielen, vielen Dank für den Einblick in den historisch flächenmäßig größten Waldbrand, der Steiermark aus Einsatzperspektive aus der Luft, danke Dankeschön euch. Danke, hat mir Freude gemacht einmal mit eng zu reden. Danke für die Einladung. Vielen Dank auch an euch fürs Dabeisein und Zuhören bei dieser Folge. Wenn euch noch ein Einsatz einfällt, wo wirklich viel Spannendes passiert ist, vielleicht gar kein riesiger Einsatz, aber ein Einsatz, wo einfach was passiert ist, was erzählenswert ist, dann schickt uns eure Themenvorschläge sehr gerne. Ihr findet alle Kontaktdaten in den Shownotes in der Podcast Beschreibung und wenn ihr jemanden kennt, der Blaulichthelden noch nicht kennt, dann teilt die Folge gerne per WhatsApp oder über Social Media. Wir hören uns, bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und gut wer. Bis zum nächsten Mal.